Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Kannst du nicht gut schlafen? Ich hoffe doch, aber wenn nicht und wenn es dir so geht wie mir viele, viele Jahre, dann möchte ich dich bitten dran zu bleiben, denn ich habe den ultimativen Tipp für dich und bitte dich das unbedingt einmal auszuprobieren. Und wenn es dir geholfen hat, schreib mir das auch gerne in die Kommentare, dann wissen die anderen Zuschauer Bescheid, ob sie das einmal ausprobieren wollen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video, würde mich natürlich über ein kostenloses Abo meines Kanals freuen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Nicht schlafen können ist, glaube ich, eines der Volkskrankheiten Nummer 1. Ganz viele Menschen haben Schlafprobleme und noch viel mehr Menschen haben sogar Einschlafprobleme. Und ich würde sagen, dass es auch eines der größten Volkskrankheiten ist, die existieren, weil sie so viele Erscheinungen mit sich bringen, die als Folge daraus resultieren. Schlechte Laune, schlechte Lernfähigkeit, schlechtere Konzentration, schlechteres Allgemeinbefinden. Wir fühlen uns müde, ausgelaugt, kaputt. Wir bekommen Krankheiten, von denen wir nichts ahnen würden. Und deswegen ist ein guter Schlaf so unheimlich wichtig für uns. Es ist sehr windig hier, aber wenn ich jetzt hier mein Bett aufschlagen könnte auf dem Feld, ich glaube, ich würde schlafen wie ein Baby, weil das ist genau das, worüber ich mit euch reden möchte. Frische Luft. Frische Luft hat mir wirklich sehr dabei geholfen, meine Schlafprobleme zumindest in den Griff zu bekommen, wenn nicht sogar zu lösen. Und deswegen möchte ich ein extra Video dazu machen, möchte euch beratschlagen, wie man das Ganze anstellen kann. Natürlich können wir unser Bett nicht in freier Feld- und Wiesenbahnen aufschlagen. Und das wäre schön, wenn wir das machen könnten. Und in der Türkei, wo ich mich viele Jahre aufgehalten habe, da wurde das tatsächlich öfters gemacht, dass im Sommer auf den großen Terrassen dort die Betten hingelegt wurden. Und dann familiär sozusagen auf dem Dorf geschlafen wurde, draußen in freier Natur. Das hat sehr gut getan. Es war sehr befreiend. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, einmal nachzumachen. Jedoch für uns normale Menschen müssen wir da nach Alternativen suchen. Und ich plädiere dafür, einmal, bevor wir uns ins Bett legen, macht Stoßlüften, macht das Fenster richtig weit auf. Nicht nur auf Kipp, sondern ganz auf. Und möglichst auch mit ein bisschen Durchzug, damit da auch der Luftaustausch relativ zügig und garantiert zuverlässig stattfinden kann. Denn Sauerstoff ist eines der wichtigsten Dinge, die wir zu uns nehmen müssen im Laufe des Schlafes. Und zwar sonst schlafen wir eben schlecht, wir bekommen Kopfschmerzen. Wir können einfach gar nicht richtig in die Tiefschlafphasen zünden und sind diesbezüglich dann am nächsten Morgen wie gerädert. Wir sind schlecht drauf, wir fühlen uns nicht gut, können schlechter arbeiten, können uns nicht konzentrieren und haben auf jeden Fall auch ein schlechteres gesundheitliches Dasein. Deswegen ist gesunder Schlaf sehr wichtig und dazu gehört einfach frische Luft. Ich habe es sogar so weit gemacht, dass ich jetzt das Glück habe, immer unter Dachfenstern schlafen zu können. Das ist deswegen besonders gut, weil du nämlich das Fenster nicht im Rücken hast direkt, sodass da ein Zug eventuell auf deinen Nacken ausgeübt wird. Und wenn in den anderen Zimmern die Dichtung des Hauses nicht optimal verlief, dann hast du, wenn du das Fenster im Rücken hast, einen Durchzug, der eventuell Nackenschmerzen bereitet. Und auch das ist wirklich kontraproduktiv. Deswegen sollten wir, wenn wir Fenster aufhaben, vielleicht sogar die Schlafzimmertüren unten und an den Seiten so weit abdichten, dass da kein Zug entsteht, denn es ist wichtig, dass wir direkt am Fenster schlafen, unter der frischen Luft. Und optimalerweise ist das so, dass wir unter dem Dach schlafen, dass wir direkt das Dachfenster über uns haben, dass wir direkt unter dem Dachfenster schlafen, weil dann kommt der Luftzug von oben direkt in unsere Atemorgane und wir haben die frische Luft quasi, ohne dass sie uns in irgendeiner Art und Weise belästigt oder noch weiter erkranken lässt durch Zug oder ähnliches, haben wir sie direkt von oben in unsere Atemorgane und das ist optimal. Also wenn ich die Möglichkeit habe, unter einem Dachfenster zu schlafen, dann mache ich das. Ich mache es natürlich nicht ganz oft, aber die nass werden, wenn es regnet. Was natürlich trotzdem passieren kann, da muss man ein bisschen aufpassen, muss das Wetter ein bisschen beobachten, ein bisschen leicht kippen, je nachdem, wie das Wetter ist. Außerdem würde ich dazu raten, dass man es nur dann macht oder mit den gewissen Vorsichtsmaßnahmen betreibt, wenn man sich nachts aufmacht. Das Schlimme ist ja bei vielen Menschen, dass sie nachts schwitzen, weil sie einfach von der Körperstruktur so aufgebaut sind oder weil sie schlechte Bettwäsche haben, die mit Kunstfaser besetzt ist, dass sie stark schwitzen. Und der Mensch strampelt sich dann auf. Also ich bin zum Glück ein Mensch, der selbst, wenn ich doll schwitzen muss, mich nicht aufmache oder aufstrampel, sondern ich bin immer zu. Und wenn ich mich aufmache, weiß ich, dass ich auf bin und das ist sofort auch unangenehm. Also alle meine wichtigen Körperregionen, also hier der Nackenbereich, mein Rücken, mein Bauch, meine Beine sind immer mit einer Decke bedeckt, auch im Hochsommer, auch wenn es richtig warm ist. Und selbst wenn ich schwitze, muss ich eine Decke um meine wichtigen Organe um mich herum haben und wickele ich mich da drum. Ich wechsle dann die dicken Winterbettdecken mit den dünneren aus, sodass ich da keine Gefahr laufe, dass ich zu sehr schwitze. Denn wenn wir schwitzen und wenn wir uns aufmachen und dieser kalte Luftzug dann auf uns herauf kommt, könnten wir uns natürlich erkälten. Also das wäre vielleicht auch gerade für die Männer wichtig, die keine Haare mehr auf dem Kopf haben oder keine vollständigen Haare mehr, weil auch da natürlich der kalte Luftzug auf den Kopf auftrifft. Und das kann auch unter Umständen wieder Kopfschmerzen oder Krankheiten verursachen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe zum Beispiel einen Verwandten, der macht sich immer ein Handtuch um den Kopf, also weil der hat auch eine Halbglatze, eine ziemliche große Halbglatze und der schläft im Sommer und im Winter mit einem Handtuch auf dem Kopf. Das finde ich zum Beispiel eine gute Idee. Da gibt es sicherlich auch professionellere Bekleidungsmöglichkeiten für den Kopf. Muss ja jetzt keine Mütze sein, aber etwas Ähnliches gibt es bestimmt für Männer, die nachts etwas auf dem Kopf haben wollen. Man könnte ja auch so ein leichtes Tuch oder so, könnte ich mir vorstellen. Da muss man natürlich darauf achten. Also bitte gewisse Vorsichtsmaßnahmen sind wichtig, aber eine frische Luft direkt einatmen während der Nacht, so dass sie mich nicht gefährdet, sprich, dass ich sie nicht im Rücken oder im Nacken habe, ist sehr, sehr angenehm, weil du direkt die Luft von dem Dachfenster einatmen kannst. Frisch, sauber, sie riecht gut. Gerade jetzt, wo der Frühling beginnt, ideal. Im Sommer sowieso ist es schön, wenn man ein Fenster auf hat, aber auch im Frühling und im Herbst finde ich das sehr angenehm, weil da noch so ein bisschen Kühle mit rein spielt und eine frische, die doch noch mal sehr viel anders ist als im Hochsommer. Im Winter muss ich mal gucken, da werde ich euch dann noch mal ein neues Video zu machen, wie das im Winter ist, weil da ist es natürlich schon ganz schön kalt. Ich habe früher sowieso immer mit offenem Fenster geschlafen, habe mir das abgewöhnt, seit mein letztes Kind ungefähr fünf, sechs Jahre alt war und ich ständig krank war, haben mir irgendwann gesagt, wir machen das Fenster zu, wir hatten nämlich immer in unserem Zimmer geschlafen, aufgrund seiner ständigen Krankheitszustände und da haben wir dann gesagt, nee, machen wir zu. Ich kann noch mal so ein bisschen aus dem Erfahrungsschatz plaudern. Ich hatte ja sehr viele Kinder, die oft sehr krank waren, auch im Bereich der Atemwege und ich hatte auch ein Kind, das hatte Pseudogrupp und da hat mein Arzt auch immer gesagt, der Kinderarzt, lassen Sie die Kinder mit offenem Fenster schlafen. Das macht nichts, das ist nicht schlimm. Sie müssen sich nur gut zudenken, dürfen sich natürlich nicht aufmachen nachts, da sie bei uns in meinem Zimmer geschlafen haben, ließ sich das einigermaßen gut durchsetzen. Die natürlich in ihren eigenen Zimmern schlafen, kannst du gar nicht kontrollieren, dass die sich nicht aufmachen. Ich war da immer skeptisch bei, habe das auch lange bei mir gemacht in meinem Zimmer, als er bei mir geschlafen hat, aber dann irgendwann haben wir gemerkt, das wird trotzdem nicht besser und dann war es einfach zu kalt, sodass unser elterliches Herz da gesagt hat, nee, wir machen das Fenster zu. Aber letztendlich hat unsere Ärzte immer gesagt, lass die Fenster auf, die frische Luft ist das Beste, was man Krankenkindern, die mit Atemwegserkrankungen zu tun haben, für sie tun kann. Erkundigt euch, ich bin kein Arzt, erkundigt euch natürlich selber bei euren Kinderärzten, wie könnt ihr da am besten verfahren. Aber ich für meinen Teil, ich schlafe, ich würde sagen 50 Prozent, wenn nicht 60 Prozent besser, direkt unter dem offenen Dachfenster. Und seit ich das mache, schlafe ich besser ein, ich schlafe besser durch, ich fühle mich morgens ausgeruhter und frischer und habe auch nicht immer ständig so einen Druck im Kopf. Wisst ihr, wenn man morgens aufwacht und merkt, man hat noch nicht so gut geschlafen und einem fehlt irgendwie etwas, so eine Dauermüdigkeit, das ist auf jeden Fall besser geworden. Und deswegen rate ich euch dazu, jetzt windet es wieder hier sehr an der frischen Luft. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Hilfestellung leisten, wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Ach übrigens, wenn ihr kein Dachfenster habt, müsst ihr natürlich gucken, dass ihr das mit dem normalen Fenster hinbekommt. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn euch die frische Luft direkt in die Nase sehen könnte. Aber klar, wenn man jetzt das im Nacken hat, wäre ich vorsichtig mit. Dann vielleicht über Schrägstellen, so dass man dann von der Seite den Luftzug einatmen kann, ist sicherlich besser als von hinten dann. Meine Lieben, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.